Musik So, hallo lieben und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Nummer 5 im dritten. Der ist drittschnett. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Petro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%! Na, das wollen wir doch gleich einmal überprüfen. Illegales Glücksspiel und Betrug. Arbeitslos. Abdar Petro. Ja, klar. Ha! Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst es nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschgriecher Entschuldigungsprogramm. Die von Cyberlife denken wirklich an alles, hm? Ich kann das alles scannen. Ich will unbedingt wissen, was er da isst. Ein Hamburger. Mit ganz viel Fettzeugs. Und eine Cola wahrscheinlich. Nein, eine XL Limonade. Eine Ananas Passionsfrucht, die Kohlensäure hat. Ich hasse Kohlensäure. Ich trinke keine Kohlensäure. Ich mag die überhaupt nicht. Case Gary, Geschäftsinhaber. Wie? Vorstrafen, Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen Hygiene. Ah, danke Gary. Ich verhungere mich. Check ist das Ding nicht. Ha, keine Chance. Der folgt mir überall hin. Klar! Siehst du? Siehst du? Dieser Pedro, da ging es um illegale Glucksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet? Ja, ja. Das verstehe ich nicht. Ihr Essen enthält die 1,4-fache Menge Ihres täglichen Kalorienbedarfs. Und doppelt so viel Cholesterin. Das ist nicht gut für Sie. Irgendwann sterben wir alle mal. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Ja doch. Ähm... Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? Das ist meine Prokammierung. Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ey. Okay. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Okay. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Hm. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Ja. Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich weiß, dass ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Hat er gerade echt gezwinkert? Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Er hat ihm gerade echt zugezwinkert. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe Cyberlife-Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Nein, ich komme schon. Nicht anhupen. Das wissen wir über diesen Kerl. Nicht viel. Moment. Befrage den Verdächtigen. Kann ich wieder... Moment. Hier unten ist... Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein. Aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen. Der eine LED. Federn, Felsentauben aus verschiedenen Exemplaren. Der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt... Entschuldigung, dass ich so oft unterbreche, aber ich will noch nicht so passieren. Wenn wir jetzt aber Geräusche untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Korrekt. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Ja, ich kann auch schreien. Bleib hinter mir. Verstanden. Oh Gott, das gefällt mir gar nicht. Ja... Hier... Untersuche das Apartment, okay? Scheiße, wie das hier stinkt! Poster einer Urban Farm. Ja, da... Hallo? 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 Wo bist du? Hinweis Nummer 2! Wo bist du? Hallo? Äh, Entschuldigung... Ah, hier. Poster Ecke kürzlich bewegt. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Warte mal ganz... Ah, muss ich das jetzt machen? Ich wollte das ganze Apartment noch durchsuchen! Kann ich noch irgendwas machen? Was gefunden? Ich weiß nicht. Okay, warte... Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist... nicht entzifferbar. Ach... Verdächtiger ist nichts! Abkommen nur weil der Kühlschrank leer ist? Versorgt wilde Tiere, die Tauben... Hier haben wir wieder so ein Symbol. Militär, Gäste, Sekretär, Initialen, RT. R.T. R.T. Vermutlich Initialen. Wer hat seine Initialen auf der Jacke? Sowas machen Mütter für ihre Erstflächen. Rupert Travis, Führerscheinfälschung. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Okay, warte, ich muss noch hier rüber. Okay, das Fenster gibt es auch noch. Moment. R.A.9 schon wieder. Irgendeine Idee dazu? R.A.9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz' Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Zwanghaftes Schreiben. Äh... Ach scheiße, ich hasse diese Viecher! Blaues Blut. Modell WB200. Wird vermisst gemeldet. Biokomponente deaktiviert. Am 6.11. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Oh, ich sehe gerade wenig. Holzhocker. Kürzlich umgestoßen. Spuren von Vogelkäfigen oder Vogelfäkalien. Das weiß ich gerade nicht. Moment. Hier? Nein? Okay. Aber hier. Geöffneter Textmarke. Noch vor euch kürzlich benutzt. War vor kurzem hier. Ins Wohnzimmer gerannt. Okay. Er hat also hier geschrieben, hat sich dann erschreckt, ist umgefallen und ins Wohnzimmer gerannt. Jetzt fehlt noch das Fenster. Moment. Drei Hinweise. Metallhaken. Kürzlich zerbrochen. Rostfreier Stahl. Spuren sind frisch. Spuren von verzinktem Stahl. Und Handabdrücke. Handabdrücke frisch. Spuren von Vogelfäkalien. Kleine Fingerabdrücke. Verdächtiger ist zur Haustür gerannt. Und hat gehört, wie wir reingekommen sind. Er ist noch hier. Aber das Fenster. Ich habe doch noch irgendwas beim Fenster machen können. Entschuldigung. Diese Gottverdammten. Direktstauben. Worauf wartest du noch? Hinterher. Hinterher. Muss ich selber noch laufen? Einfach aber langsam, schneller, weil es kann. Ausgeworfen. Wuhu! Wuhu! Gut, kommst du mir nicht! Komm, 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 komm! Schneller, Connor! Oh, fuck! Was soll das denn? Vorsicht! Ah! Nein! Ich hab doch gedrückt, Mann! Wuhu! Sei vorsichtig, Arsch! Wow, Connor! Ich bin ganz begeistert von ihm! Wahnsinn! Ich glaube, wir laufen sicher aber langsam. Was soll das denn? Wo ist er? Wo ist er? Wuhu! Ja, Entschuldigung! Aber Hank, die kann ich doch nicht lassen! Ich hoffe nur, Connor kriegt keinen kurzen deswegen jetzt. Hey, Connor! Oh! Oh! Ich mag Connor! Ich mag Connor! Das ist so stark und so männlich! Rupert ist entkommen! Ah, schade! Hank gerettet! Wir haben Rupert eingeholt! Wir haben Rupert eingeholt! Immerhin! Rupert schubst Hank! Aber wir haben das Tagebuch gefunden! Achso, Hank anschließen! Eieieiei! Eieiei! Oh, Markus! Eieieiei! Wer seid ihr? Flüchtende! So wie du! Ich bin Josh! Ich bin Simon! Knuth! Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen! Sich verstecken nur, um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns! Wir können nur im Verborgenen überleben! Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort! Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns! Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig! Wir anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt! Viele wollen hier nach Jericho! Wenige schaffen es! Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns! Ich verstehe, wie du dich fühlst! Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest! Ich kam nach Jericho auf der Suche nach Hoffnung! Aber sie hat wohl auch diesen Ort verlassen! Du bist verwirrt! So wie der Rest von uns! Wir wollten das alles nicht! Wir müssen jetzt aber damit klarkommen! Du bist hier sicher! Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest! Mit dir will ich definitiv nichts anfangen! Zieh dich um! Finde Lucy und Jericho! Okay! Ich denke mal es gerade, warum entfach ich ein Feuer? Androiden brauchen doch, also Androiden frieren doch nicht! Warum stellen die sich dann ums Feuer? Ich bin in einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht! Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten! Was ist mit dir passiert? Sie wandten mich an deinem Auto fest! Sie wollten wohl ihren Spaß haben! Ich will mich nicht abschalten! Nein, nicht! Ich will mich nicht abschalten! Ei, 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 ei! Menschen sind so grausam und wir sind so hochnäsig, weil wir denken, wir stehen über allen Dingen! Aber das tun wir nicht! Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod! Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein! Nein, leider nicht! Tja, ich werde es bald wissen! Wie heißt du? Markus! Schön, dich kennenzulernen, Markus! Oh mein Gott, das ist jetzt... Sie ist stehen geblieben, oder? Scheiße! Sie haben ihn weggejagt, als Sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir enormen Waffen haben. Nein, mag es nicht. Ich mag es, es wird schön überleben. Wifi ist schön. Wifi ist schön. Wifi ist schön. Wifi ist gut. Kiste bereits geleert. Cyberlife Kiste. Lager und Docks, West Orange Avenue, Detroit, Michigan. Oi. Oi. Markus. Komm, wir machen noch ein Feufeu. Okay. Ich wette sie war, sie ist ein Sexroboter gewesen. Sucht was sie da an hat. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren Jericho zu verlassen. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Ja. Sechs Roboter. Sechs Android. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Gut, interessiert mich eh nicht die Frau. Da kann ich noch ein Feuer entfachen. So. Gut, wir haben überall Feuer gemacht. So. Jetzt muss ich nur noch Lucy finden. Bist du das? Die hier so sinkt? Oh. Bist du Lucy? Schwarze Augen. Ah! Setz dich. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Okay. Sie fühlen keinen Schmerz. Es ist ihnen egal. Trinkt das. Trinkt das. Blaues Blut? Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Oh oh. Jetzt sieht sie sicher, dass ich wen getötet habe. Du hast alles verloren. Du hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Unterbreitet ist Simon ein Plan. Ja was, die auszurauben oder was? Das kann ja nur schief gehen. Das kann nur schief gehen. Vielleicht. Aber immer noch besser als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Yay. Zeit zu entscheiden. Alright. Was haben wir denn hier? Jericho. Reden, reden, reden. Reden, reden. Es werde Licht. Lucy reden. Leere Kiste untersuchen mit seinem Reden. Und den Plan aushecken. Okay meine Lieben. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich liebe dieses Spiel immer noch. Und ich mag Connor und ich mag Markus. Ich mag aber auch Cara. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit Cara dann noch später weitergehen wird. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut. Ciao.